Die umstrittene Band Rammstein hat verkündet, im kommenden Jahr wieder auf Tour zu gehen. Das teilten die Mitglieder am Dienstag über die Social-Media-Kanäle der Band mit. Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an. Zu dem Posting veröffentlichte die Band einen kurzen Clip. Dieser zeigt, wie Konzertrequisiten der Band eine Flughafensicherheitskontrolle durchlaufen. Vorerst scheint die Situation harmlos zu sein, doch dann wird eine fahrbare Kanone hineingerollt, welche den Alarm auslöst. Der Vorverkauf der Karten soll am 18. Oktober starten. Weitere Details zu der Tour sind bisher nicht bekannt gegeben worden.